hallo guten abend zusammen hier im klubraum der roten fabrik in zürich am winterkongress 2022 bei mir ist matthias kirchner er ist aktuell der fsfe seit 2004 ist er bei der fsfe und seit 1999 ist er benutzer von freier software das finde ich besonders interessant weil meistens mehr die leute programmier von freier software schön dass du hier uns auch dass wir auch die andere seite sehr gut kennst manche leute kennen matthias kirchner bereits weil er war schon vor zwei jahren bei uns am winterkongress auch hier in der roten fabrik und das mal hat er über ethik von freier software gesprochen heute da bin ich besonders gespannt erzählt er uns ein märchen über software skateboards und himbeereis dann lasst uns doch bitte dieses märchen hören matthias ja vielen lieben dank vielen lieben dank für die einladung und ja ich hoffe wir haben heute noch einen schönen abend und für den abend um den einzuleiten dann bei euch möchte ich euch wie gesagt noch ein märchen erzählen das märchen heißt ara und zangemann ein märchen über software skateboards und himbeereis es war einmal ein kleines mädchen namens ada ihre familie war so arm dass all ihr erspartes in eine keksdose passte sie hatte kein geld um in einer richtigen wohnung zu leben stattdessen wohnte ada ihre mutter und ihr kleiner bruder alan in der nähe eines schrottplatzes am rande der stadt weit weg am anderen ende der stadt lebte ein berühmter erfinder namens zangemann zangemann war so unermesslich reich kein papierblatt diese welt war groß genug um seinen kontostand mit all den ziffern und nullen darauf auszudrucken er wohnte in einem riesigen haus mit schwimmbad und wasserrutsche vielen treppen türmen hunderten von fenstern und so vielen zimmern dass er sich regelmäßig selbst darin verirrte zangemanns anwesen befand sich hoch auf einem berg und dort konnte er über die ganze stadt blicken schon als kind hatte zangemann computer fasziniert da waren es noch riesengroße maschinen mit vielen kabeln und lauten lüfter in der schule träumte der kleine zangemann oft davon was er mit den computern alles machen würde wenn sie nur etwas kleiner wären klein genug um sie in die verschiedensten geräte einzubauen als erstes würde er einen computer in sein skateboard einbauen damit es beim fahren coole geräusche machen könnte wie eine feuerwehrsirene oder ein raketenstart und er würde eismaschinen erfinden der computer könnte die tollsten sorten mischen und das eis automatisch verkaufen die maschinen würden an jeder straßenecke stehen und er könnte sich sein lieblings eis holen wann immer er lust hätte außerdem würde er in würde ein aufräumroboter und eine bausteine sortiermaschine bauen damit sein zimmer immer schön aufgeräumt wäre zangemann hatte jeden tag neue ideen er konnte an nichts anderes denken und tatsächlich je größer zangemann wurde desto kleiner wurden die computer als er schließlich die schule verließ waren sie so klein dass sie in seiner hosentasche platz hatten die kleinsten fanden sogar aus seiner fingerkuppel platz endlich kann ich all meine ideen in die tat umsetzen jubelte zangemann und machte sich ans werk er baute die kleinen computer in alle möglichen geräte ein um sie noch praktischer zu machen und die geräte verkaufte er dann erwachsene wie kinder liebten seine erfindungen die kinder wollten ein zangemann skateboard haben und immer das neueste geräusch dazu um es auf dem schulhof ihren freunden zu zeigen viele besaßen auch seine praktischen lautsprecher den musste man nur ein lied nennen und schon wurde es abgespielt und wer noch taschengeld übrig hatte holte sich am nachmittag ein automatisch gemixtes eis aus der original zangemann eis mix maschine es war wie zauberei aber all das regelten die kleinen computer die zangemann in die geräte eingebaut hatte auch an adas schule waren diese erfindungen sehr beliebt und viele ihre freunde fuhren mit den coolen skateboards herum ada war auch traurig weil ihre mutter ihr all die tollen dinge nicht kaufen konnte kein skateboard kein lautsprecher kein eis zum glück wohnte ada direkt neben dem schrottplatz dort gab es kaputte geräte und rostige teile aus denen sie tolle dinge zusammenbauen zusammenbaute eine seifenkiste in der sie und ihr kleiner bruder alan die hügel runtersausten ein windrad oder furchterregende schrottmonster die sie dann zusammen bekämpften sie fanden auch viele nützliche gegenstände ein altes handy zum beispiel der bildschirm hatte zwar einen sprung aber den konnte sie reparieren und auf dem schrottplatz gab es zwar kein internet aber das würde sie sich woanders besorgen es machte ada so viel spaß auf dem schrottplatz zu basteln und kaputte dinge zu reparieren dass sie die skateboards und das eis darüber ganz vergaß weil alle seine erfindungen kauften war zangemann bald der reichste mensch auf der ganzen welt und seinem vielen geld kaufte er einen riesengolten computer mit einer tastatur aus edelsteinen und stellte ihn im größten zahl seiner villa auf von hier aus steuerte er über das internet all die kleinen computer die in seinen erfindungen eingebaut waren er brauchte nur die richtigen tasten am goldenen computer zu drücken und sofort gaben alle eismaschinen der stadt nur noch vanille eis aus wenn zangemann wollte dass die maschinen schokoladeneis dass die menschen schokoladeneis asen drückte er die tastenkombination für schokoladeneis gab er den befehl für zitroneneis dann produzierten die maschinen nur noch zitroneneis zangemann liebte seine erfindungen und war jedes mal begeistert wie fantastisch seine maschinen funktionierten manchmal waren die menschen enttäuscht wenn es nicht ihre lieblingssorte gab aber was sollten sie tun immerhin gab es an jeder straßenecke eis es machte zangemann viel spaß die funkelnden tasten zu drücken und den menschen beim eis essen zuzusehen jeden tag verbrachte er auf diese weise viele stunden vor seinem goldenen computer und immer wieder schaute er mit einem langen fernrohr auf die stadt herab und beobachtete wie zuverlässig seine erfindungen seine befehle ausführten wenn er nicht an seinem goldenen computer saß baute zangemann seine kleinen computer in immer mehr neue geräte ein und verkaufte sie dann er baute waschmaschinen die eine nachricht aufs handy schickten wenn die wäsche fertig war daubsauger die fröhliche musik abspielten statt laut zu dröhnen lampen die auf ein fingerschnipsen an und ausgingen und autos die einem beim fahren erzählten wo der nächste supermarkt war bald war in fast allen geräten ein computer von zangemann eingebaut nicht alle erfindungen waren so praktisch wie sie auf den ersten blick schienen aber die menschen kauften alles von ihm es gehörte einfach dazu alle wollten die geräte von zangemann haben dem größten erfinder der welt eines tages dachte zangemann heute will ich mir meine erfindung mal ganz aus der nähe anschauen er legte sein großes fernrohr weg und stieg voller vorfreude die vielen treppen hinab in die stadt um sich an seinen tollen geräten zu erfreuen vielleicht bringt mich ein kleiner ausflug sogar auf ein paar neue ideen denn wenn ich ganz ehrlich bin waren meine letzten erfindungen nicht mehr ganz so praktisch wie die ersten überlegte zangemann aber meine eismaschinen sind und bleiben unübertroffen dachte er gleich darauf nicht ohne stolz als er an einer gruppe von menschen vorbeikam die allesamt kokoseis schleckten die sorte des tages er war ganz in seinen gedanken vertieft als ihm plötzlich rums mit voller wucht etwas gegen das schienbein krachte zangemann jaulte auf und sah sich um vor ihm stand ein kind total erschrocken und mit einem original zangemann skateboard im unterm arm entschuldigung das wollte ich nicht damit es aber zangemann hörte nicht zu wütend humpelte zangemann davon da ertönte plötzlich laute musik so etwas grauenhaftes hatte er noch nie gehört er schaute sich um und sah dass die musik aus einem lautsprecher kam den er selbst entwickelt hatte ein kind auf der anderen straßenseite hielt ihn in der hand dem kind schien die musik zu gefallen aber zangemann bekam davon fürchterliche kopfschmerzen und seine laune wurde noch schlechter so hatte er sich seinen spaziergang nicht vorgestellt zangemann ärgerte sich wahnsinnig über die kinder wie konnten sie seine erfindung nur so falsch verwenden er konnte nicht schlafen und setzte sich mitten in der nacht an seinen goldenen computer von dort gab er all den mini computern in den skateboards den befehl dass sie nicht mehr auf dem gehweg fahren dürfen den kleinen computern in den lautsprechern befahl er musik nur noch in zimmer lautstärke abzuspielen mit ausnahme seiner lieblingsmusik die er auch gleich anstellte um bessere laune zu bekommen am nächsten tag herrschte an adas schule große aufregung auf dem schulweg hatten die skateboards nicht mehr funktioniert die räder standen einfach still und dann die lautsprecher die kinder konnten sie nicht mehr aufdrehen was war bloß los obwohl sie keines dieser dinge besaß wundert es sich adi da darüber dass die skateboards und die lautsprecher plötzlich nicht mehr wie vorher funktionierten aber sie hatte keine zeit um groß darüber nachzudenken denn sie tüftelte schon wieder aus den einzelteilen von drei kaputten fahrrädern baute sie ein neues fahrrad zusammen das schenkte sie ihrer mutter damit sie das geld für das busticket zur arbeit sparen konnte ihrem bruder baute ada einen lautsprecher damit er abends zum einschlafen wenn ihre mutter noch nicht von der arbeit zurück war schöne geschichten hören konnte nach ein paar tagen war der erste schreck an adas schule vergessen die skateboards fuhren zwar nur auf dem gehweg fuhren zwar nicht mehr auf dem gehweg aber abgesehen davon funktionierten sie noch und so treten die kinder jetzt auf dem schulhof ihre kreise und hörten dabei leise musik nur eine komische pompöse marschmusik ertönte weiter in unveränderter lautstärke ziemlich rätselhaft aras lieblingstag war der mittwoch jeden mittwoch holte ihre mutter sie mit alan von der schule ab und sie gingen zusammen in die bücherei ada zog es immer gleich in die technikecke dort gab es bücher mit bauplänen anleitungen für experimente und sie fand erklärungen wie verschiedene geräte funktionierten in der bücherei konnte ada auch mit dem handy ins internet gehen sie merkte schnell dass es dort jede menge zu entdecken gab viele menschen teilten im internet ihre ideen und reparaturtipps um anderen zu helfen an einem dieser nachmittage lernte ada zwei neue wörter kennen hardware und software hardware war ein wort für etwas das ada eigentlich schon kannte nämlich für die elektronischen geräte an denen sie herumbastelte diese geräte konnte sie in die hand nehmen und an ihnen herumschrauben ganz neu war für ada das wort software sie fand schnell heraus dass damit die anweisungen gemeint waren mit denen man geräte oder computer steuern kann in manchen büchern wurden diese anweisungen programme oder code genannt mit so einem computer programm konnte man zum beispiel einem lautsprecher sagen welches lied abgespielt werden sollte und wie laut das beste an adas neue entdeckung war dass man an der software genauso selbst herumbasteln konnte wie an der hardware an der hardware wurde mit hammer bohrer und schrauben herum gewerkelt software baute man indem man befehle für hardware einfach nacheinander aufschrieb dafür gab es sogar eine eigene sprache die programmiersprache mit software könnte ada ihre erfindung noch praktischer machen sie wollte unbedingt programmieren lernen in den folgenden wochen verbrachte ada ihre nachmittage in der bücherei sie fand bücher und webseiten die erklärten wie die programmiersprache und code funktionierten es kam ada ein bisschen zuvor als würde sie eine geheimsprache lernen oder in der schule vokabeln pauken ada büffelte ihr erstes programm sollte etwas einfaches tun mach dass diese lampe blinkt natürlich wollte sie gleich ausprobieren ob das auch wirklich funktionierte auf dem schrottplatz verband sie ihr handy mit einer kleinen led lampe dann tippte sie die programm zeilen die sie sich notiert hatte in ihr handy es passierte nichts aber überlegte wo der fehler liegen könnte sie nahm ein paar kleine änderungen vor versuchte es erneut und yes das lämpchen begann zu blinken an aus an aus ada schaute staunend auf die led sie hat ihr erstes eigenes programm geschrieben ada war total begeistert sie stellte sich vor was sie damit für tolle sachen anstellen konnte wenn sie den richtigen programm code eingab dann machten ihre erfindung genau das was sie wollte es war nicht so einfach aber nach einigen wochen hatte ada ein richtig praktisches programm geschrieben alans lautsprecher schaltete sich jetzt nach einer halben stunde automatisch aus wenn alan eingeschlafen war ada hatte auch schon eine idee für ein nächstes programm eine größere sache ein richtiges projekt die würde wahrscheinlich die ganzen sommerferien dafür brauchen und sie konnte es kaum erwarten zangemann hatte seit dem schrecklichen spaziergang jede nacht furchtbar schlecht geschlafen wenn er abends zu bett ging lagten ihn große sorgen und nein meine wunderbaren erfindungen es kann doch nicht sein dass alle einfach so damit herumspielen was da alles passieren kann ich hab doch alles bis ins kleinste durchdacht zangemann grübelte und grübelte und wälzte sich die ganze nacht schlaflos in seinem bett hin und her als er morgens mit völlig zergrübelter stirn aufstand fasste zangemann einen entschluss so konnte es nicht weitergehen er setzte sich an seinen goldenen computer und schrieb ein programm nach dem anderen in diesen programm legte er haargenau fest was seine erfindung tun sollten und was keinesfalls passieren durfte plus mit dem chaos als er fertig war schickte er all die neuen programme von seinem goldenen computer auf die geräte der menschen seine lautsprechern befahl zangemann in seiner hörweite immer nur seine lieblingsmusik zu spielen und die eismaschinen sollten am nachmittag kein eis mehr verkaufen schließlich könnte seine teure hose beim spazieren gehen einen eisfleck bekommen den ganzen tag saß er am computer und tippte und tippte und tippte die sommerferien waren schon halb vorbei ada stand vor ihrem großen projekt und kratzte sich am kopf aus alten bauteilen hatte sie ein skateboard gebaut und einen motor angeschlossen der die räder ins rollen brachte mit einem skateboard mit motor könnte ada nach der schule noch schneller zur bücherei oder zum schrottplatz draußen super praktisch doch es funktionierte nicht wenn sie sich drauf stellte und den losknopf drückte bewegten sich die räder zwar aber viel zu schnell aber fiel beim start jedes mal vom brett was sie auch ausprobierte sie bekam es einfach nicht hin nachdem ada zum hundertsten mal auf ihr hinterteil gefallen war ging sie in die bücherei dort fand sie eigentlich immer antworten auf ihre fragen und tatsächlich im internet stieß sie auf ein programm das jemand für einen elektrischen roller geschrieben hatte auch der sollte langsam anfahren ada lud das programm auf ihr handy herunter zurück auf dem schrottplatz übernahm sie einige programm zeilen für ihr skateboard programm sie passte ein paar dinge an und tüftelte weiter mehrere misslungene versuche später am letzten ferientag stellte ada sich noch einmal auf das brett und drückte den losknopf das skateboard setzte sich langsam in bewegung dann wurde es schneller es klappte sie bremste es klappte ada schieß einen jubelschrei aus und machte einen ausflug in den park als ada nach den ferien mit ihrem skateboard zur schule fuhr da unten die anderen kinder nicht schlecht in der großen pause war ada von neugierigen mitschülerinnen und mitschülern umringt warum kannst du mit einem skateboard auf dem gehweg fahren fragten sie ada überlegte ich glaube es liegt nicht an euren skateboards sondern an der software darin wahrscheinlich wurde in die software einprogrammiert dass die skateboards nicht auf dem gehweg fahren dürfen aber das kann man ändern am abend probierte ada das gleich am skateboard von ihrem mitschüler toni aus sie arbeitete heimlich bis spät in die nacht und am nächsten tag konnte toni wieder auf dem gehweg fahren dafür konnte sein skateboard jetzt leider nicht mehr die geräusche machen die seine eltern von zangemann gekauft hatten stattdessen ertönte alle zehn minuten ein komisches geräusch das sich wie ein lang gezogenes rülpsen anhörte ada wusste dass in programmen immer wieder solche kleinen fehler auftauchen können tonis rülpsendes skateboard war aber eigentlich ziemlich lustig immer mehr kinder besuchten ada jetzt nachmittags auf dem schrottplatz und sie half ihnen die programme in ihren skateboards umzuschreiben einige waren ganz begeistert von dieser neuen entdeckung unglaublich was man mit programmcode so machen konnte sie wollte von ada alles über die programmiersprachen lernen und schon bald fuhren sie mit ihren skateboards wieder überall wo sie wollten doch damit nicht genug mit der software konnten sie ihren skateboards neue coole eigenschaften verpassen marie brachte bunte led lämpchen an ihrem brett an die in unterschiedlichen farben leuchteten je nach geschwindigkeit und konrad baute alte propeller an sein skateboard die für extra antrieb sorgten ara toni marie und konrad verbrachten viele nachmittage auf dem schrottplatz sie hatten sich sogar eine richtige werkstatt eingerichtet in der sie stundenlang an ihren programmen feilten dazu hörten sie musik aus den lautsprechern die ada für alan gebaut hatte die lautsprecher von deinem bruder sind viel lauter als unsere bemerkte toni der damit beschäftigt war ein geschwindigkeitsmesser an seinen helm anzubringen das liegt bestimmt auch an der software sagte marie zusammen veränderten sie nun auch die software für die lautsprecher dann treten sie die musik so laut wie möglich auf und tanzten wild miteinander jeden tag schmiedeten ada und ihre freunde pläne für den nachmittag aus einer kaputten eismaschine bauten sie eine neue die eis in allen erdenklichen formen und farben herstellen herstellen konnte sie aßen eckiges eis herzförmiges eis sogar pyramidenförmiges eis erdbeer himbeer und regenbogeneis und alles mit streuseln und schokoladenüberzug viel besser als die sorten aus dem zangemann automaten manchmal konnten sie sogar erwachsenen helfen die probleme mit ihren computern hatten toni programmierte die bügelmaschine seines vaters so um dass sie auch wieder krawatten bügeln konnte drange man plastik krawatten wie die pest und hatte es den geräten verboten für die busfahrerin bauten sie aus einem computer und schläuchen ein bewässerungssystem damit ihre pflanzen im sommer tagsüber nicht verdursten auf dem und dem hausmeister der schule halfen sie dabei einen staubsauger so umzubauen dass dieser spielsachen automatisch erkannte und nicht mehr wegsaugte manches bauten sie nur zum spaß die furzmaschine im stuhl von der mathelehrerin frau gerne zum beispiel immer wenn sich die lehrerin hinsetzte ertönte ein kleiner furz frau gerne schimpfte dann aber ada war sich sicher dass sie jedes mal insgeheim auch ein bisschen schmunzeln musste eines tages bemerkte zangemann dass manche computer nicht mehr sein programmierbefehlen gehorchten da bekam er einen fürchterlichen schreck und tobte vor wut sofort rief er den präsidenten an und brüllte mit bebender stimme jemand schreibt die programme in meinen geräten um das geht nicht das sind schließlich meine erfindungen und es ist viel zu gefährlich wenn alle mit den computern machen können was sie wollen dagegen muss es ein gesetz geben der präsident wollte zangemann nicht verärgern alle computer der regierung waren von zangemann programmiert worden ohne diese computer würden sie das land würden sie das land nicht mehr regieren können also erließen sie im parlament das gesetz so wie zangemann es wollte alle computer die nicht auf zangemann hören sind verboten wer zangemanns geräte umprogrammiert muss 500.000 goldstücke strafe zahlen als ada und ihre freunde davon hörten wurden sie richtig wütend das ist so ungerecht unsere skateboards haben wir selbst umgebaut und umprogrammiert sie sind jetzt viel besser das lassen wir uns von niemandem wegnehmen vor einem ihre umgebauten eisautomaten versammelten sie sich und besprachen die lage es war klar dass etwas gegen das neue gesetz unternommen werden musste und sie schmiedeten einen plan am nächsten tag gingen sie nicht in die schule stattdessen fuhren sie mit ihren skateboards und mit großen protest schildern unterm arm zum parlament und setzten sich davor an einigen schildern hatten sie am abend zuvor led lämmchen angebracht die jetzt hell blinken ihre lautsprecher hatten sie zusammengeschaltet und so war in jeder straße zu hören was sie sagten einige passanten blieben stehen und fragten die kinder wofür sie demonstrierten für software freiheit antworteten sie im chor und erzählten den erwachsenen ihre geschichte beeindruckt nickten die erwachsenen und auch der präsident fielten neugierig auf ihre plakate als er das gebäude betrat auch an den nächsten tagen setzten sich ada und ihre freunde wieder vor das parlament diesmal mit unterstützung einige mitschülerinnen und mitschüler denen ada ihre skateboards umprogrammiert hatte waren ebenfalls gekommen auch tonis vater und weitere erwachsene wollten den protest unterstützen die geräte der kinder fanden sie praktisch mit jedem tag wurden es mehr und mehr kinder und erwachsene die protestierten die busfahrerin der sie mit den pflanzen geholfen hatten kam mit ihrem bus vorbeigefahren die hupte laut um noch mehr menschen auf die demo aufmerksam zu machen der hausmeister brachte ein paar freunde mit und tonis vater kam mit seinen kollegen die alle automatisch gebügelte krawatten trugen selbst die mathe lehrerin kam die menge wurde größer wurde immer größer und nach einigen wochen gab es nicht nur ein ada stadtdemonstrationen nein überall im land wurde jetzt demonstriert ada protestierte jede woche vor dem parlament auch bei strömendem regen als der präsident an den tiefen nassen kindern vorbeikam konnte er nicht anders als ihre sturheit zu bewundern er fragte ada warum sitzt ihr hier jeden tag was wollt ihr erreichen ada antwortete wir wollen selbst bestimmen was wir mit unseren computern machen dürfen und was nicht und ihre freunde und freundinnen riefen im chor ohne kot ist alles doof ohne kot ist alles doof der präsident blickte in die entschlossenen gesichter der kinder wenn er ganz ehrlich war würde er auch gern selbst bestimmen was die regierung mit ihren computern machen durfte und was nicht aber er verstand nichts von computern und code deshalb hatten sie das immer zangemann überlassen nachdenklich betrat der präsident das parlament am nächsten tag lud er ada und ihre freunde zu sich ein wir wollen auch selbst über unsere software bestimmen können dafür muss die regierung aber von zangemann unabhängig sein könnt ihr mir erzählen was ihr über computerprogramme wisst fragte er begeistert erklärten sie ihm wie software funktioniert und was man alles damit machen kann der präsident staunte nicht schlecht mit diesem neuen wissen würde seine regierung ihre eigene software von nun an so gestalten können wie sie es wollte ganz ohne zangemann sofort diese seine berater rufen in einer großen runde besprachen sie mit den kindern was sie an der software gerne alles ändern und verbessern würden an diesem abend gingen die kinder stolz und zufrieden nach hause endlich passierte etwas ihr langer protest hatte sich gelohnt am nächsten vormittag klingelte im regierungsgebäude sehr früh das telefon es war zangemann wütender denn je redet er auf den präsidenten ein ohne mich werden die computer der regierung nicht mehr funktionierten funktionieren drohte er doch der präsident fasste sich kurz und legte schnell auf das telefon klingelte noch viele male an diesem tag aber niemand nahm ab der präsident saß zusammen mit ada toni marie konrad und den expertinnen der regierung in einer besprechung während der folgenden tage diskutierten sie von morgens bis spät abends und entwarfen erste eigene programme für die computer der regierung von zangemanns anrufen wurden sie nicht mehr gestört toni hatte die gute idee die telefone um zu programmieren wenn zangemann anrief hörte er immer nur eine automatische ansage die regierung möchte nur noch software einsetzen die sie frei verwenden verstehen verbreiten und verbessern kann danke für ihren anruf nach vielen wochen war es endlich soweit das parlament schaffte das alte sangemann gesetz ab stattdessen wurde verkündet alle menschen dürfen ihre computer selbst programmieren solange sie sich dabei an die anderen gesetze halten außerdem wurde ein neues schulfach eingeführt computer und programmieren an diesem abend feierten alle gemeinsam ein großes fest ada alan die kinder aus der schule und ihre eltern der präsident frau gernert die busfahrerin und der hausmeister alle waren sie dabei sie schmückten die straßen hörten laut musik und asen zur feier des tages eis so viel sie wollten und in allen erdenklichen formen während die anderen bis spät in die nacht feierten sich ada toni marie und konrad irgendwann davon und machten sich auch zu ihrer werkstatt wir hatten schon viele ideen für neue erfindungen und wollten gleich damit anfangen und zangemann von ihm hat man nicht mehr viel gehört vielleicht tobt er noch immer in seiner riesigen villa und sitzt verärgert vor seinem goldenen computer vielleicht traut er sich nicht mehr auf die straße und klebt alle fenster seines hauses zu damit er sich nicht darüber ärgern muss was mit seinen erfindungen gemacht wird aber vielleicht blickt er auch durch sein fernrohr hinaus in die welt und sieht was die kinder dort jeden tag alles neues erfinden vielleicht erinnert er sich dann daran wie viel spaß es ihm selbst früher gemacht hat betüfteln und zu experimentieren und vielleicht ganz vielleicht leckt er dabei ein pyramidenförmiges himbeereis mit regenbogenstreuseln das ist das ende der geschichte ihnen lieben dank fürs zuhören wow cool sehr schöne geschichte ich habe mich gefreut einen literarischen beitrag quasi zu hören heute für alle die auch zugehört haben und die dies über die offizielle winter congress website gemacht haben ihr findet unterhalb des streams einen link wo ihr zum chat kommt in dem ihr fragen stellen könnt die ich dann sehe und für euch Matthias stellen kann ja ich habe mich gefragt am ende soll ich nochmal die letzte seite ja klar ich mache nochmal kurz die die letzte seite falls da noch wegen der url habe ich vergessen ja wo man nicht findet mehr informationen dazu genau und das buch wie ihr hier sehen könnt ist unter einer freien lizenz freie kultur lizenz also creative commons sieh sie bei share a like das heißt das darf kopiert und weitergegeben und verändert werden und vor allem auch weiter erzählt hoffe ich ja ich habe mich am anfang gefragt wer ist der größte nerd der lange man und die ada aber eigentlich ist wahrscheinlich nicht ganz untypisch und auch so gewählt dass man dass es den einen oder anderen den erfolg dann irgendwann in den kopf steigt und man das alles kontrollieren bleibt zu hoffen dass es aber da nicht auch so geht ja was mir durch den kopf kam ist vielleicht eine persönliche frage aber was hat dich selber eigentlich zum programmieren gebracht war es auch so ein erlebnis wie das von ada dass man einfach etwas nicht mehr ändern konnte oder dass etwas nicht funktionierte oder also bei mir war das so ich hatte mein vater hatte irgendwann computer dann zu hause als ich noch recht jung war und das war so ein alter thompson und wenn man den gestartet hatte dann war da einfach jetzt muss ich ganz kurz einen schluck trinken dann war da einfach so ein basic prompt und dann hatte mir mein vater so ein bisschen gezeigt wie man da so so ein paar kleinere programme mit schreiben kann dass man wie viele birnen wie viele äpfel und dann wird das aufsummiert oder dass sich bildschirmrand und hintergrund und schriftfarbe ändern und so das fand ich fand ich da ganz cool und habe da ein bisschen drum gespielt und später hatten wir dann auch in der schule programmieren und das hat da auch spaß gemacht wir hatten also alte c64 und konnte man so interfaces ran machen und auch so lämpchen blinken lassen oder irgendwie dem lehrer halt mal ein scherz spielen indem man dieses sound modul von dem c64 so gemacht hat dass das so immer immer einen höheren ton gemacht hat das hat man dann in der pause gestartet und wenn der lehrer zurückkam war so dieses fiepen überall im in dem in dem raum und was letztlich dann mich aber zur freier software gebracht hat das war so ein erlebnis also ich hatte ich hatte da letztlich dann zwei computer zu hause und ein modem noch und auf beiden computern waren e mail programm und die waren mit zum netzwerk kabel auch verbunden und ich wollte von einem computer auf den anderen computer eine e mail schicken das ging aber irgendwie nicht ohne dass ich eine internetverbindung aufgebaut habe was damals ja noch ein bisschen teurer war mit dem mit dem modem und dann habe ich mich in der schule beschwert und habe gesagt dass ich kriege das einfach nicht hin und dann hat jemand gemeint ich habe da was für dich und ein paar tage später mir so ein paar floppys und cds gebracht und das war dann mein erstes linux was ich installiert habe und damit begann dann die reise dass ich angefangen habe da zu lernen wie das alles funktioniert und im internet ganz viel hilfe gefunden habe von leuten die mir noch mal mehr erklärt haben und dann bin ich irgendwann zu einem mail server dann gekommen und die ganzen anderen sachen dann so dass es dann eben nicht nur technisch interessant ist und spaß macht sondern auch dass software halt auch sehr politisch ist und gedanken macht über digitale gewalten verteilung und solche themen so hat dann meine reise so in reis software begonnen und wie bist du dazu gekommen dass ich würde sagen deine dasselbe erlebte wahrscheinlich und dein wissen in eine geschichte zu verpacken selbst vielleicht nicht das nächste so für nerds und techniker das in eine so schöne so schöne verpackt zu begeben aber es macht macht riesig spaß es zu hören also ich finde ich fand es wirklich eine gute gute idee aber darum ja es ist trotzdem nicht das nahe liegen so da wäre jedenfalls mir nicht in naja also war bei mir halt so dass ich ich hatte ja dann vor ein paar jahren dann mein erstes kind bekommen mit und dann hatte ich halt gesucht und auch rumgefragt so gibt es denn gute bücher mit denen man so ein bisschen erklären kann wie halt computer funktionieren was software ist und warum das wichtig ist und dann kam dann nicht viel und die wenige sachen wie somit gab irgendwie war ich da nicht so ganz zufrieden weil die alle erst später ansetzen und programmieren beibringen und alle erst für ältere kinder sind und dann dachte ich halt okay irgendwie muss ich den kindern ja erklären und habe dann halt angefangen meinen kindern so abends irgendwie gute als gute nacht geschichten irgendwie geschichten zu erzählen wo halt was mit computern passiert und da ist dann dann die kinder haben ja immer noch weitere ideen und noch noch irgendwelche rückmeldungen man merkt so das funktioniert und das funktioniert nicht so und daraus ist dann halt so nach und nach die geschichte geworden das ist dann der grund gewesen warum das dann zu einem buch gekommen ist ja das schöne daran ist ja die meisten bücher die programmieren gibt also ändert sich natürlich jetzt in der erwachsenen wird auch ein bisschen also da sind wahrscheinlich auch organisationen wie die digitale gesellschaft der schweiz zuständig schuld daran dass es auch die politische komponente beleuchtet aber das ist schon sehr schön dann auch dass man das auf eine art mit teilt wo es vielleicht auch kinder verstehen können aber es ist trotzdem natürlich auch für erwachsenen eine schöne anzuhören sage ich jetzt mal also ich könnte mir vorstellen auch meine meine mutter oder meine eltern hätten freu an dieser geschichte also habe ich von vielen leuten jetzt gehört also ganz viele die so die rückmeldung mit hatten wir haben das zuhause zusammen gelesen meine meine tochter will jetzt programmieren lernen das freut mich natürlich riesig so eine rückmeldung oder das andere war aber auch ja ich habe das jetzt weiter verschenkt an meine eltern oder an freunde die das wenn ich das denen sonst erklären wollte warum freie software wichtig ist und der selbstbestimmte umgang mit technik wichtig ist irgendwie haben die das nie verstanden und jetzt haben sie gesagt endlich habe ich es verstanden das freut mich natürlich auch so eine rückmeldung hatten das auch jetzt dass leute das auch einem politiker geschenkt haben weil wenn man das mal so als geschichte hat dann ist einfach so dass das vergisst man nicht so schnell wie irgendwelche anderen fakten und ja das ist so von der rückmeldung die ich bisher bekommen hatte so also für menschen ab sechs jahren gut geeignet ja ja also du siehst ich habe eigentlich gar nicht viele fragen zum inhalt und auch der chat hat keine viele keine fragen er hat dafür lob für das buch oder die geschichte das freut mich und ich hoffe die freut auch dich also ich habe sehr genossen zuzuhören ja unterschied zu vorträgen ist auch nicht anstrengend sondern kann es wirklich geniessen eigentlich wollte ich dich vorher noch fragen aber ich glaube ich kenne die andere schon gibt es das auch schon als hörbuch aber letzten endes haben wir das ja jetzt gerade produziert weil deine vorlesung dein vorlesen ist jetzt aufgeführt worden und man könnte es als hörbuch wieder geben man braucht das nicht unbedingt dazu ja also wir hatten ich hatte das gesehen das gab schon irgendwann im dezember hatte auch irgendeinen podcast die haben das auch ein hörbuch schon daraus gemacht und der verlag also o'reilly die wollten auch jetzt gucken dass es da noch ein hörbuch zugibt ansonsten wie gesagt das ist unter einer freien lizenz gerne gerne einsprechen und machen ansonsten auch gerne irgendwie wo sonst wie vorlesen das buch damit das noch mehr kinder von von mitbekommen eine sache die ich auch als es gibt ja auch immer wieder so vorlesetage da kann man das buch ja dann auch mitnehmen und nochmal vorlesen und wenn er das da macht gerne aufzeichnen und ansonsten eine eine kleine bitte hätte ich somit ein ein anliegen von mir ist auch somit dass eben das buch nachher nicht nur den leuten den kindern zur verfügung steht die eben in ihrem umfeld leute haben die sich mit der thematik schon beschäftigen und auf das buch gestoßen sind sondern dass es möglichst auch kinder mit zugang zu bekommen die sich das vielleicht auch nicht den ihrem umfeld sich das nicht leisten kann so ein buch zu kaufen deswegen wenn ihr wenn ihr mithelfen wollt dass das möglichst viele kinder da zugriff drauf haben dann würde ich mich total freuen wenn wenn ihr mit eurer bibliothek sprecht ob die das buch anschaffen können oder wir hatten jetzt auch ganz viele leute die das buch an bibliotheken gespendet haben dass das dort ist oder an die schulbibliothek oder den jugendclub oder repair café hackerspace dass das einfach möglichst viele ins auch sich ausleihen können und sich da mal dann durchlesen können und dass ja eben auch leute die jetzt finanziell nicht so gut gestellt sind auch zugang dazu bekommen und spaß am tüfteln und experimentieren dadurch mit mit haben das ist ein perfektes schlusswort ich sage lieber nicht mehr allzu viel obwohl wir noch ein bisschen zeit hätten und ich lade dafür aber alle ein die gerne noch mit dir matthias weiter sprechen möchten in den big blue button raum der unterhalb auch des live streams der link dazu ist dann wechseln wir für den etwas privateren austausch dahin und verabschieden uns vom ja live stream und vom recording vielen dank noch einmal ich habe sehr genossen und freue mich wenn du wieder so einen tollen Beitrag am nächsten oder übernächsten winter kongress hast die lieben dank und vielen lieben dank an das orga team dass er das wieder auf die beine gestellt habt jetzt wieder so eine remote veranstaltung zu machen und durch diese ganzen parts da geht dass ihr das alle hier mit organisiert habt dankeschön ein